Im heutigen Markeflüster geht es um Klumpenrisiken und zwar jene Klumpenrisiken, deren sich die meisten Leute gar nicht bewusst sind, etwa wenn sie einen MSCI World ETF kaufen, also das maßgebliche ETF, das angeblich Risikostreuung ermöglicht, indem man die ganze Welt kauft. Ich will in diesem Video kurz zeigen, warum dem nicht so ist und dass Amazon heute oder der Abverkauf der Amazon Aktie mal eben die Börsenkapitalisierung von Volkswagen mithin, also dem größten Autobauer der Welt, vernichtet hat. Das an einem einzigen Tag, das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, die hier der Fall sind und das wollen wir uns im Folgenden mal genauer anschauen. Zunächst mal Volkswagen, Marktkapitalisierung so um und bei 125 Milliarden Euro. Wir sehen hier SAP 149 Milliarden Euro als marktschwerstes Unternehmen aus Deutschland. Wir sehen Amazon 1,84 Billionen oder 1840 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir das mal hochrechnen, wenn da 7% weggehen, was heute der Fall ist bei der Amazon Aktie aufgrund des enttäuschenden Zahlenwerks, das die Firma präsentiert hat, dann kommen wir in etwa auf den Börsenwert von Volkswagen, der mal eben jetzt ausradiert wurde. Und das spielt eine Rolle, nicht nur wer etwa ein Nasdaq ETF hat, sondern eben auch wer ein MSCI World ETF hat. Denn schauen wir uns mal zunächst die Gewichtung dieses MSCI World ETFs an. Da ist die USA gewichtet mit zwei Drittel. Dann kommt lange gar nichts. Dann kommt Japan, dann ein bisschen Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Kanada und dann großartig Deutschland. Deutschland an siebter Stelle ist es, glaube ich. Also Deutschland spielt gar keine Rolle, wer also den MSCI World kauft. Der kauft vorwiegend die USA und der kauft dabei vorwiegend dann auch eben die großen USA Tech Konzerne aufgrund ihrer immensen Marktgewichtung. Etwa eine Apple 3% im MSCI World, Microsoft auch etwa 3%. Amazon knapp 2%, dann Facebook über 1%. Die beiden Alphabets, C und A, jeweils auch nochmal 1%. Und dann kommt lange gar nichts. Dann kommt erst mal Nestle als erstes europäisches Unternehmen. Alles andere ist amerikanisch. Also da spielt fast eigentlich nur die USA eine Rolle. Dementsprechend ist es eben ziemlich, naja, riskant kann man sagen, wenn man ein MSCI World kauft. Zumindest riskant in dem Sinn, dass man sich klar sein sollte, dass man hier Klumpenrisiken hat. Klumpen Chancen, aber eben auch Klumpen Risiken. Denn wenn jetzt die Tech-Werte vielleicht in irgendeiner Zukunft mal nach unten gehen sollte, aufgrund von schlechteren Geschäften, aufgrund von Regulatorien, die Regularien, die eingeführt werden, dann könnte die ganze Geschichte ab, wie sie schwieriger werden. Vielleicht noch zum Thema Amazon. Man hat sich natürlich sehr um diese Zahlen gekümmert, die man hier gesehen hat. Aber vielleicht bedeutender ist, dass Amazon ja einen 40-prozentigen Anteil hat an allen Online-Ausgaben, die die Amerikaner tätigen. Das ist mehr als die nächsten neuen Wettbewerber zusammen haben. Also das meine ich mit Monopol, mit Regulatorik, die da irgendwann vielleicht mal einen Riegel vorschieben könnte. Und wir sehen auch, und das ist vielleicht auch ein Proxy, das was mit Amazon hier mit den Zahlen der Fall ist, auf den Konsumenten in den USA, denn das BIP besteht ja aus 70% Konsum. Davon 40% etwa, oder 40% des BIPs sind Retail Sales, also sind Einzelhundesumsätze. Und wenn Amazon jetzt schlecht berichtet, dann sagt uns das was über den Konsumenten in der Zukunft, denn die Stimulus-Checks sind ausgelaufen. Und heute im Rahmen der PCE-Verbraucherpreise wurden auch die persönlichen Einkommen und Ausgaben der Amerikaner mitgemeldet. Und wir sehen, da ist jetzt die Personal Savings Rate, also die Sparquote, ist wieder bei 9,4%. Das war ja in der Corona-Krise ganz anders. Da haben die Leute gespart. Jetzt ist das mehr oder weniger alles schon wieder verpufft. Und mit anderen Worten, die Leute haben jetzt nicht mehr diese Reserven, die sie eben noch hatten. Das heißt, das Konsumfeuerwerk ist wahrscheinlich schon gelaufen. Und das ist wichtig für die konjunkturelle Entwicklung in den USA. Diese Verbraucherpreise heute niedriger als erwartet, nur 3,5% zum Vorjahresmonat. Da hat man sich eigentlich mehr erwartet oder die Erwartung lag etwas höher. Aber hier hat ein User auf Finanzmarktwelt geschrieben, diese Verbraucherpreise werden ja nur in der Kernrate ermittelt. Also beim PCE, Personal Consumption Expenditure. Und der User hat hier geschrieben, ja, wer braucht schon Nahrung und Energie. Also niemand eigentlich. Und das sind ja die beiden Bereiche, die jetzt zuletzt am stärksten teurer geworden sind. Also das sind die Preistreiber. Wenn ich also hier den PCE-Verbraucherpreis veröffentliche und das ist die favorisierte Inflationskennzahl für die FED, dann lasse ich also das raus, was eigentlich am meisten im Preis steigt. Das passt irgendwie nett zusammen. Preissteigerung sehen wir übrigens weiter bei den Rohstoffen insgesamt. Bloomberg Commodity Index jetzt auf dem höchsten Stand seit 2011. Öl wieder deutlich gestiegen. Auch heute, Kupfer ist deutlich gestiegen. Also es geht weiter nach oben mit den Rohstoffen. Auch das ist natürlich tendenziell inflationsfördernd. Und das bringt für die Unternehmen höhere Kosten. Aber, und das ist der Punkt, noch haben die damit kein Problem. Ihre Margen, ihre Gewinnmargen sind sogar besser geworden. Die haben also versucht, sich effizienter aufzustellen. Die Gewinnmargen sind nach oben gegangen, trotz gestiegener Kosten, die aber dennoch an den Verbraucher weitergegeben werden. Die Frage ist, können die Unternehmen eben diese Margen aufrechterhalten, wenn die Preise weiter steigen sollten. Und die steigen wahrscheinlich auch in Deutschland weiter, wie Jörg Krämer. Hier zeigt es, Chef Volkswirt der Commerzbank. Da sagt er, es ist ja nicht nur die zwischenzeitlich gesenkte Mehrwertsteuer in Deutschland. Hat ein Kommentator auf YouTube mir vorgeworfen, Mensch, du hast ja gar nicht diese Senkung der Mehrwertsteuer und die Wiedererhöhung. Klar, das ist schon irgendwie ein Bestandteil. Aber entscheidender ist, dass eben die Vorproduktpreise durchschlagen, jetzt zunehmend eben auf die Verbraucherpreise, also inflationär wirken. Und man erwartet bei der Commerzbank deutlich über 4% liegende Inflation. Ich hatte gestern und heute Morgen gezeigt, was das für verschiedene Asset-Kategorien bedeuten kann. Etwa DAX-Dividendenredite von minus 1% jetzt derzeit. Und apropos Deutschland, wir hatten heute das BIP enttäuschend ein bisschen. Eigentlich eine Erwartung von plus 2% in Deutschland, aber es war nur 1,5%. Und das durch den privaten Konsum. Klar, Reopening der Wirtschaft, die Leute wollen ein bisschen konsumieren. Aber es war auch der Staat, Public Spending, der hier dazu beigetragen hat. Aber dennoch hat es nicht gereicht, die Erwartung auch nur einigermaßen zu treffen. Also so ein bisschen mau. Wir haben keine Rezession mehr, klar. Aber es ist eben jetzt auch nicht das bombige Wachstum. Bombiges Wachstum, auch das Stichwort für die Aktienmärkte. Hier sehen wir nochmal eine Grafik, die zeigt, wie gering derzeit die Rücksetzer sind an den Aktienmärkten. Wenn mal ein Verlusttag ist, dann sehen wir, hier ganz links sieht man es, 2021 das Jahr mit der kürzesten Dauer solcher Rückschläge an den Aktienmärkten. Das zweitkürzeste war das Jahr 2017. Ich kann mich mit grauen an dieses Jahr noch erinnern. Nicht gerade das Lieblingsjahr eines Börsenkommentators, weil einfach so wenig passiert ist und die Märkte fad waren, immer leicht gestiegen sind, Nachrichtenlage dünn, alles irgendwie so eirig. Das war nicht gerade ein Vergnügen und apropos Börse, apropos hier Börsengänge vor allem. Gestern ja das ziemlich misslungene IPO von Robin Hood, diesem Online-Broker und berichte, dass Kathy Wood sich hier eingekauft hat, über 45 Millionen Dollar. Und wie es aussieht, kann sie da gar nicht im Gewinn liegen, denn die Aktie heute auch wieder leicht unter Druck von Robin Hood. Also Gewinne wird sie noch nicht gemacht haben. Hier schreibt Zero Hedge, sarkastisch, es ist kein feindes Messer groß genug, als dass man, oder es gibt kein Messer, das nicht groß genug wäre, das nicht dann doch aufgefangen wird von bestimmten Leuten. Kathy Wood, meine allerbeste Freundin, gehört dazu. Kathy Wood war auch stark investiert in chinesischen Werten. Denn jetzt hat die Börsenaufsicht SEC verfügt erstmal keine chinesischen IPOs mehr zuzulassen, eben aufgrund dieser massiven Probleme, dieses Einmischens der chinesischen Führung. Das will man jetzt erstmal auf Eis legen, ein Rückschlag sicherlich für diejenigen, die Aktien wie Alibaba, Tencent haben. Denn wenn keine neuen Aktien mehr aus China an den Markt kommen, dann wird das auch nicht förderlich sein für die bereits an der Nasdaq oder an der Wall Street gelisteten Aktien. Und ich will abschließen, bevor ich sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse, meine Damen und Herren, noch hinweisen auf zwei Artikel, beide von Wolfgang Müller. Der erste von heute, warum gibt es bisher kaum Rücksetzer, Inflation und Tina, there is no alternative. Da fasst der Wolfgang nochmal alle Gründe zusammen, warum wir derzeit bisher keine einzige 5% Korrektur an den Märkten gesehen haben. Sehr lesenswert und lesenswert ein etwas älterer Artikel von Wolfgang Müller, der aber die Problematik, die ich in diesem Video angesprochen habe, ganz genau auf den Punkt bringt. MSCI World, US-Tech Aktien, eine Gefahr für Aktiensparer weltweit. Diese packe ich Ihnen unter das Video auf YouTube oder wo immer Sie das auch gucken. und ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Nehmen Sie sich Zeit für diese Artikel, vielleicht am Wochenende, wenn Sie es heute nicht schaffen. Es lohnt sich. Ich sage Ihnen das allerbeste Servus und Ciao.